Ja, leg los. Sollen wir mal so ein Beispiel-Run machen? Ja. Einen Test-Run. Okay, warte mal, ich muss mir das mal ein bisschen hier noch... Und wenn wir was falsch aussprechen, oder wenn wir Probleme haben, sag einfach Bescheid. Genau. Sao Paulo ist die größte brasilianische Metropole mit rund 21 Millionen Einwohnern. Hier befindet sich auch der Hauptsitz der nationalen Gefängnisseelsorge, der Pastoral... Ach du meine Güte. Der Pastoral. Pastoral. Meine Güte. Pastoral. Ja? Carceraria. Carceraria. Genau. Okay, die nationalen Gefängnisse. Pastoral Carceraria. Nee. Carcer... Carcer... Nochmal. Carceraria. 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 Genau. Sie berichtet von ihren Erfahrungen, die sie Anfang des Jahres bei einem Besuch in einem Frauengefängnis in Brasilien gemacht hat. Aber das ist eigentlich viel schöner, wie wir das schon im Gespräch hatten. Also das muss nicht unbedingt jetzt nochmal so passen. Wobei sich das jetzt auch so angehört hat, fast als würdest du sie gerade introducen und als würde sie neben dir sitzen. Das tut sie auch. Ja, also, ach so, du bist das. Ja. Ach so, nein. Ich bin ja, ich, ja. Der special guest ist sogar da. Ja, wir haben uns noch gar nicht so richtig vorgestellt. Ach so. Ach so. Ich bin übrigens der Tobi. Hi. Okay, jetzt kommt halt ganz viel, was wir ja schon haben. Auch da, wo man Tobi steht, das überspringen wir zum nächsten. Nasıl ist. Oder Mal dieses Hinzu getan. darüber zu sagen. Und dazu kommt nicht weiter. Aber dieses Gut ist der Tobi, am eigentliche Herr Tobi in Brasilien. Und dazu gehört die Tobi zu dem blue nicht.